Wir sind wieder mal am Neckartor und wollen uns mal anschauen, wie weit die blaue Schlange fortgeschritten ist. Die Überquerung habe ich ja schon mal gefilmt. Hier wird die Willy-Brandt-Straße überquert und es geht rein in die Kerner-Straße. In der Kerner-Straße haben wir auch noch mal gleich weiterhin Überquerung und dann geht es runter auf den Boden. Sollte-Straße Letztes Mal sind wir bis in die Heilberger Straße gekommen und so weit sind wir heute auch wieder. Außer, dass es jetzt komplett angeschlossen ist bis hierhin. Werden wir also demnächst wieder hier in der Heilberger Straße vorbeischauen, was es Neues gibt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.